Halli, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anthem. Ja, ich habe eine Mission gestartet, die heißt Freelancer am Boden. Und ich würde sagen, ich bin... Aber sei nicht zu hart mit ihm. Warst du doch auch. Und ich bereue es schon. Wenn das das letzte war, was ich je zu ihm gesagt habe. Ich komme nicht zu ihm durch. Er reagiert nicht. Ich hole ihn zurück. Ja, ich bin wieder mal nicht alleine. Das ist ziemlich gut. Ich finde das ziemlich nice irgendwie. Wo muss ich denn nach da... Ja, was gibt es zu erzählen? Genau, die Mission heißt Freelancer am Boden. Wir müssen jetzt uns beeilen. Ein bisschen. Wo ist eigentlich der andere? Hinter uns irgendwo. Denk ich jetzt mal. Werde ich jetzt? Braucht mich gar nicht abschießen. Ihr könnt eh nix. Ich muss zu den Missionen hin. Euch ignoriere ich einfach. Es ist kalt. Weil ich es kann. Höhö. Lol. Kein Spaß beiseite. Ich denke, die Mission wird jetzt... Nein. Die sollte jetzt nicht so schwer werden. Denk ich jetzt mal. Hopp. Werde ich jetzt mal. So. Es ist so ein Wetter noch. Ich sehe Leichen. Immerhin nicht die von Halleck. Dominion. Owen hatte recht. Es war ein Hinterhalt. Vielleicht hat Halleck den Spieß umgedreht. Okay. Ich bin an der Festung. Irgendeine Spur von Halleck? Bisher noch nicht. Ziemlich ruhig hier. Ich seh mich mal um. Ich bin nicht gerade begeistert, wieder hier zu sein. Was soll schon schief gehen? Eben, was soll schon schief gehen? Da geht überhaupt nicht schief. Hopp. 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 Geht euch. Vorsicht. Sie haben die aufgelauert. So. Mal rein. Und zerfetzen diese Biester. So. Da ist ein Lady. Ja. Wurde noch. Oh. Tschüss. Du auch noch. Du sollst auch noch was sagen, ne? Du denkst, du kannst was mit deinen Magie, ne? Guck mal. Mach dich am Arsch. Du bist gut. Keine mehr zu sehen. So. Alles, was ich drin verschanzt habe. Sehr hart. Weißt du, dass Dominion hat leider die Ausrüstung repariert, die wir auf dem Hinweg zerstört haben? Hoffentlich nicht. Halleck würde es nie alleine dadurch schaffen. So, dann gehen wir mal da rein. Halleck! Ich bin hier. Du bist fast getötet worden. Warum hast du mich nicht gerufen? Obwohl, das ist beeindruckend. Das war Owen. Owen? Ja. Dieser verdammte Verräter. Auf einmal war er da. Er ist ein scheiß Pilot, aber. Mann, dieser Javelin ist der Hammer. Hab auch ein paar erwischt, aber nicht genug. Weißt du, ich wollte immer nur Freelancer sein. Das und nichts anderes. Ich hab keine Familie. Hab alles gegeben, um der Beste zu sein. Die Legion der Dämmerung. Das war mein Traum. Ich kenne alle Geschichten über sie in- und auswendig. Ja, ich auch. Weißt du, wieso? Du hast sie mir beigebracht. Den meisten von uns. Ich will aber kein Lehrer sein. Halleck, komm schon. Hier geht es nicht um dich. Bei den Freelancern geht es ums Team. Das weiß ich dank dir. Ja, ja, ja. Sieh an, da ist er ja wieder. Unser Verräter wird anhänglich. Owen, du hast vielleicht Nerven. Seltsam, mich so zu sehen, was? Ihr habt mein Riesentalent nie erkannt. Aber der Monitor schon? Ganz recht, hat er. Das lief dann aber nicht so gut. Stimmt. Aber für kurze Zeit war es großartig. Der Dämmerungsschild fuhr hoch. Ich war einfach fantastisch. Ihr hättet mich sehen sollen. Leider hat er nicht lange gehalten. Offenbar braucht er ihr Signum. Aber das wisst ihr ja wohl schon. Nicht wahr? Die Folge waren Desaster, Niederlage, Rückzug. Kurz gesagt, meine Bestrafung. Das Dominion und ich haben uns getrennt. Tja, lass es dir eine Lehre sein. Ach, das sagst du? Du solltest mir lieber danken, dass ich dir den Arsch gerettet habe. Es scheint, deine legendären Kampftechniken waren ein klein wenig überschätzt. Augenblick. Ihr habt ein Dämmerungsschild? Faye hat sich in der Festung die Pläne besorgt. Sehr clever. Ihr wollt weiterhin zum Kinotaph? Aber wieso? Er tut's nicht. Oder? Er funktioniert nicht. Nicht einmal mit ihrem Signum. Oh man, peinlich, peinlich. Okay, Schluss jetzt damit. Gib uns den Djemmerung. Nein, 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 nein. Der gehört jetzt mir. Owen, ich schwör's dir. Das hier geht dich nichts an. Wir müssen reden. Los, geh zum Läufer. Ich seh dich dann in Tarsis. Verdammter Verräter. Wir waren Partner. Sogar Freunde. Hättest du, Helok, nicht das Leben gerettet, ich... Ich hab sie gehört. Die Hymne, ich hab sie auch gehört. Ich verstehe jetzt, wie sie Menschen zu schrecklichen Taten bringen kann. Okay. Der Monitor hat sie nochmal gehört. Er ist wie von Sinnen. Er hat dieses Gerät, diese Waffe. Und er wird sie zum Kinotaph bringen, ganz egal wie. Selbst wenn er sie dazu über eine Brücke aus den Körpern seiner toten Soldaten schleifen muss. Okay, danke für die Waffe. Es tut mir leid. Ich weiß, ich habe keine Nachsicht verdient. Aber vielleicht kann ich's wieder gut machen. Und euch vielleicht sogar euer Leben retten. Hier. Nimm das, mein Freund. Bestimmt werdet ihr irgendwann selbst draufgekommen, aber ihr habt keine Zeit, also... Faye soll das Ding nachbauen, euren Schild damit ausstatten, mehr davon bauen, und so weiter. Wo gehst du hin? Äh, ehrlich gesagt, ich hab keine Ahnung. Ähm, nach Osten, Westen, weiß nicht. Ähm, wie gesagt, tut mir leid. Genau, wie gesagt. Ja, ähm, nicht nur das. Ähm, ich glaube, da ist eine Horde Dominion-Furien im Anmarsch. Hierher. Uh, ja, die sind echt fies. Du solltest aber klarkommen. Viel Glück, Held. Oh, ein fluchter Mistkerl. So. War spannend. Hey, was ist das? Tut mir leid, Owen hat nicht geschätzt. Eine Furie? Dominion-Feind der Superklasse. Aber du bist ein Freelancer der Superklasse, richtig? Das wird sich zeigen. Nein, eh nicht. Oh, du hast es geschafft. Du hast eine Furie überlegt. Kein Grund zur Überraschung geknickt. Äh, hallo? Hier draußen haben wir größere Probleme. Herr Rück, ich bin nicht weit gekommen. Ich bin draußen. Das musst du sehen. Ich bin unterwegs. Das ist aber schon ziemlich geil. Aber, die Historie, in der Fall, ist, könnte besser sein. Aber es war schon ziemlich geil. Überall Flugunterdrückung. Kurze Sprünge kriege ich hin, aber Wette einfertig selbst. Kommt nicht an Frage. Alles oder nichts, Herr Rock. Ich bin nur nutzloser Ballastgeleiter. Irgendwie gibt es nutzloses Zeug. Kümmerst du dich um diese Unterdrückungsgeräte? Ich schlag uns einen Weg frei. Hey, wir halten hier nicht lange durch. Ihr müsst evakuiert werden. Hoffentlich kannst du wunderbar. Bin dran. Halte durch. Mit Mühe und Not. Move! I don't... Nein, 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 nein Wollen wir die dann alle mal vergessen So und dann halt Nein, 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 nein Schau dich! Verdammt! Diese Flugunterdrückung hat ein Backu- System. Ich kann nichts machen, bis wir dieses Problem überwunden haben. Freelancer in der Nähe ist ein Generator. Vielleicht löst das unser Problem. Jetzt müsst ihr da. Dann suchen können wir's. Bin Drack! Alec, ich versuch jetzt den Generator auszuschalten. Bleib wo du bist. Wo soll die auch sonst hin? weg und die wauwau und die wauwau k 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